Wir machen das natürlich nicht. Wir sagen euch Kleine unter uns. Und ich sage euch schon vorher, die Vorfreude sollte nicht zu stark sein, denn der Erste muss noch tanzen. Der Erste muss noch mal tanzen. Und die Ehre sollte auch dem Ersten Preis gehören, aber wenn des Krieges lese ich nicht als erstes den zweiten Preis vor, sondern natürlich den Sieger des heutigen Abends. Und der Sieger ist... ...CC! ... ...